SQT Spidercare präsentiert das Projekt InfraSuite SQT Spidercare präsentiert das Projekt InfraSuite So, willkommen zurück Andreas? Oh, dieses Terrorpack, Alter Ich will lieber Mario spielen Lieber Mario spielen Mario spielen Ja, ganz genau, Alter Super Mario So sieht's aus, Leute So sieht's aus, Leute So sieht's aus, Leute Das Suizidale sind Rom, Leute So sieht's aus So 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 Da! Drachen! Die sind gerettet! Juhu! Es lohnt uns! Das sind keine Drachen! Die werden alle sterben! Schön töten, töten! Erstmal Buchenwald verteidigen, ey! Wie elend ist denn das Spiel? Ein KZ-Lager zu verteidigen, ja? Ja, Buchenwald! 8 Reise Cl켜! Juhu! 1 2 1 2 1 3 Das ist der Fall. Die ganze Pfannenlager zu befreien, ey. Die armen Juden, die armen Zeugen Jehovas, die armen Homosexuellen. Diese Wichsbeutel sind kristallig. Diese Wichsbeutel werden immer verkohlen. Diese Wichsbeutel. Wow, wir haben ein KZ beschützt. Mein Führer. Geht es euch allen gut? Nein, Meadow ist weg. Er wollte aufwärts nach Kräutern suchen und ist nicht zurückgekehrt. Wir müssen ihn suchen. Müssen wir nicht. Ich bin jetzt zu gefährlich. Ich gehe. Ich suche deinen Freund. Ich möchte keine Drachen spielen. Ich will verfinkter mal Super Mario spielen. Habt ihr verstanden? Wenn ihr hier noch zu eurem Wort steht. Super Mario! Überlege ich es mir. Ich will Super Mario spielen. Lockt ihr wahrscheinlich nur noch mehr Lauflinge in unser Dorf. mal구요. Oh mein Gott, jetzt wird so ich gekonnt. Ich rein. Ich meine Musik, 이게 ein paar Leute. Das ist ja richtig zum Kotzen, ey. Und draußen sage ich nicht, dass die Kamut die Gierkübert ja nicht mit ihm. Auslandbröde. Oh mein Gott, ich streite dich, ey. Was ist denn Zücher, ey? Ach komm, der zerrt auf, ey, mit dieser Musik, ey. Das ist ja schon ein zweiter Weltkrieger, ey. Das ist ja schon Völkermord pur. Ich will sterben. Ich will verdammt nochmal krepieren. Das ist kein Nichts Lustige. Ey, komm schon, hört auf. Wird immer schlimmer. Wird immer grauenvoller hier. Ich lass mich gleich einweisen. Du bleib polizei und krankenwagen zusammen. Lass du gleich in das Zücher-Trie einsperren, ey. Ich lass mich gleich einweisen. Das ist mir scheiße, die Arbeit passiert, ey. Ich ho gleich die Zücher-Trie. Wir müssen mal hier rein. Mein Gott, ist das 241, ey. Meine Fresse. Eine Falle. Verliere meine Angst, Freundchen. Ich habe keine Elemente. Ich muss noch ein Bein rausbrühen. Komm her, Hetzler. Komm her. Komm her, Hetzliges Kind. Oh nein. Ach, noch einer. Wie ist das jetzt schon so wie der Axt der Lupe, ey. kriegt er auf die Fresse und tot du bist auch echt tot ich finde es schwierig für ein Tod das Spiel ist nicht grau Drachen zu spielen Fuisbeidacke lass den Scheiß wie sehr ich den Scheiß lassen würde wie gerne Mensch kippen die schnell ohne ist es der Jesus der da wir haben Jesus gefunden es war so Jesus in eckhaften Drachenwelt hallo Jesus was geht ab das ist nicht Jesus das ist Antichrist oh mein Gott wir haben ihn Antichristen gefunden Jesus sieht der Sonnnasse aus Antichrist 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 der Antichrist kommt Antichrist 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 heihe satan heihe den Teufel das Spiel ist der Teufel um es zu bewegen brauchst du die Gewichte aus der verschlossenen Vorratshöhle Na das war ja klar Na das war ja klar Unter dem Wasserfall am hinteren Ende des Tals wohnt ein Einsiedler er hat einen Schlüssel die Höhle ist versteckt sucht Zeichen an der Wand um den Weg zu öffnen Pst also ähm Floß Höhle Alter Alter okay wir kommen und holen dich versprochen der Antichrist der Antichrist oh mein Gott ist das schön ey ist das scheiße grauenvoll der Antichrist der Antichrist der Antichrist der Antichrist wohl elements der Antichrist der Antichrist der Antichrist der Antichrist PERiyi makest was die haben passt Ich brauche mal eine Unterbrechung von der Horrormusik. Im nächsten Fall werden wir uns damit, damit wir mich schön selbst quälen, Alter. Tod, gestorben, schnell speichern. So Leute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.